Schön, dass du da bist. Es ist uns wichtig, anderen von dem zu erzählen, was uns begeistert. Wir wollen Gott in unserer Stadt bekannt machen. Vier Herzensanliegen helfen uns dabei. Wir beten den Allmächtigen Gott an. Wir dienen anderen mit Freude. Wir pflegen unsere Freundschaften und laden gerne Gäste ein. Wir nehmen aktiv am Leben unserer Stadt teil. Wir hoffen, dass du uns auch so erlebst, wenn wir uns begegnen. Du wirst sicher bemerken, dass Jesus für uns an erster Stelle steht und wir die Wahrheiten der Bibel ernst nehmen. Wir setzen uns dafür ein, dass Menschen die Beziehungen zueinander und zu Gott pflegen. Wir glauben, dass dies am besten gelingt, wenn wir in einer entspannten Atmosphäre zusammenkommen und uns mit Gottes Wort beschäftigen. Wir tun unser Bestes, um offene Glaubensfragen zu beantworten. Bei uns wirst du eine Botschaft hören, die dir und deiner Familie helfen soll, Jesus besser kennen zu lernen. Egal, egal, wo du gerade stehst, ob du einer Kirche angehörst oder nicht. Egal, woher du kommst. Egal, ob du schon Christ bist oder nicht. Ganz egal, welche Lasten du mit dir rumschleppst. Wir freuen uns darauf, deine geistliche Heimat zu sein. Besuch uns doch mal! Egal, woher du mit dir rumschleppst.